Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edward. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Wir müssen jetzt hier im dichten Nebel, im dichten Fichten, dichten Fichten, dicken die Fichten, dichten die Picken, Fichten, Wald durchlaufen. Hinter uns ist direkt der Panzer, weil wir müssen halt ein Auge aufbehalten. Wir haben nur die Pistole, aber es reicht uns auf jeden Fall, weil Edwards kann alles. Und noch viel mehr? Ich würde ja tatsächlich mal gerne hier lang gehen. Okay, alles klar. Tipp, erkunde das Lager, um Gegner zu sichten und relevante Gefahren zu identifizieren. Sobald der Kampf beginnt, musst du Bess funktionsfähig halten. Der Feind ist da! Oh, oh. Ei, ei, ei. Passt alles. Oh, oh, oh. Eine Waffe. Aua. Ach, du heilige Mutter Gottes. Wir hätten das da vielleicht doch ein bisschen besser machen sollen, aber... Ich weiß gar nicht, wo die sind. Oh. Was kann ich alles drücken? Vier. Geht nicht. Okay. Okay, die Bess hilft uns aber. Das ist gut. So, einmal rüber jetzt hier. So leise gibt es nicht, ne? Waffenkiste öffnen. Oh, die nehmen wir uns nochmal direkt hier mit. Oh, oh. So. Herrsch jetzt hier Ruhe? Ich hoffe mal. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft hier. Das ist eine Pistolenkiste, da brauchen wir nicht rein. So. Den überfordert mal hier bitte. Nicht da rauf. Ja. Da bist du ja, kleiner. Ja. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäbe es den Krieg gar nicht. Was? Ja. Zurück. Ich breche durch den Draht. Jo. Ich bin einfach hinter dir. Ich bleibe einfach hier auf der Bess, weißt du. Kann nichts sehen. Einmal. Geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorn. Jo. Dann kommt hinterher. Jungs. Wir wollen ja hier weiter, nicht? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo wir jetzt sind. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Aber wir sind, glaube ich, irgendwo in Frankreich. Ich glaube, so in Mittelfrankreich war das. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Ich habe leider keinen. Okay, das ist schlecht. Ich habe leider kein, äh, Dings. Hm. So geht's auch. Waffenstationen haben einige der mächtigsten Waffen des Schlachtfeldes. Das ist doch schon mal gut. Öffne die Waffenkiste. Was haben wir denn da schon mit? Stielhandengranade. Das ist doch gut. Aber das ist aber auch cool, dass man hier dann gleich direkt Waffen holen können. Äh, kann. So. Die holen wir uns auf jeden Fall. Ach, eh immer. Mensch, ich drücke mal. Oh, das ist natürlich gleich noch viel, viel besser. Ähm. Ähm, ja, sorry. Dann nehme ich, nehme ich lieber die schallgedämpfte Waffe. Und die. Oder müsste das eigentlich? Oh. Eine Spitzhacke. Können wir damit irgendwann anstellen? Wir können Sachen kaputt machen. Scheiß Bild, doch. Aber das ist ja geil am Battlefield, ne? Du kannst hier einfach mal alles zerstören. Du hast wahrscheinlich auch das Licht hier, oder? Siehste? Einfach mal alles. So. Dann wollen wir mal weiter, wa? Weil diese Musik ist so wieder so typisch Outlast, ey. Siehste, das muss ich auch mal irgendwann wieder spielen. Da habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gespielt. So, wo sind wir denn jetzt? Hallöchen. Ja. Ei, ei, ei. Okay, alles geschafft. Relativ. Ich habe nicht viel Munition für die Waffe. Das ist echt ärgerlich. Ach du Scheiße. Was habe ich mir jetzt hier eingebrockt? Ah. So. Du bleib ruhig. Ja, ich kann leider nicht nachladen. Hallo. Nein, nur dumm. Wir gehen erst mal hier rein. Wo muss ich hier finden? So. Auf jeden Fall herrscht hier gerade Spannung. Okay. Oh, was ist denn hier? Ah ne. Ich dachte, jetzt kann man hier auch noch... Aha. Man kann doch also was sammeln. Aha. Feldernbücher gefunden. Finde Feldernbücher, um Codex-Einträge und Modifikationen für den Multiplayer-Modus freizuschalten. Scheiße ist das gar... Hei, 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 hei. Denn wollen wir das doch mal nehmen, wa? Alter, was ist denn das für eine Wumme? Ja, das stimmt. Mensch, die können aber gut denken da. Haben den Krieg trotzdem nicht gewonnen. Was gut ist. Alter. Hier kommen ja immer bessere Waffen. Wir nehmen mal die hier. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Okay. Da war was. Beziehungsweise da ist einer. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich glaube, das war's. Jetzt kommt der Panzer endlich auch mal an, oder was? Während hier schon alle tot sind. Muss ich erst alles wieder regeln, weißt du? Ha, Spannung pur hier wieder. So, wir haben es geschafft. Was ist denn das hier für eine Waffe? Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an. Tipp! Leichte Maschinengebäre werden während des Feuerns präziser. Halte ein Gleichgewicht aus Präzision und Überhitzung, um maximale Effizienz zu erreichen. Stand da, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Tipp! Waffenstation haben einige... Ja, das haben wir hier ja jetzt schon langsam gecheckt. Äh, brauche ich nicht. Okay, wir können uns hier aber wieder ordentlich bedienen. Okay. Der mächtigsten Waffen... Zeig mal die Waffe her. Alter, das ist ja auch eine... Die nehme ich! Was ist denn hier noch? Dynamite, das ist gut. Dynamite brauchen wir wahrscheinlich nachher noch. Ich frage mich ja jetzt, wo wir hin müssen. Ich sag dir was. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Ja, wo denn sonst? Ich gehe nicht vor. Darum kümmern wir uns. So, lass mich mal rauf hier wieder. Komm, wie seid ihr so gut? So. Ach so waren die... Ja, ja. Habe ich ja jetzt schon verstanden. Wie ein Junge. Hier scheint wieder das nächste Lager zu sein. Ja, oder? Ist es auch? Okay. Ich wäre dafür, dass wir auf jeden Fall erstmal die Leute bei der Artillerie... Okay. Erledigt. Das gibt einen ordentlichen Bums. Das bin ich schon über den Kopf lang nicht mehr geruscht. Fuck! Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich... Alarm! Meine Fresse. Ähm... Jo. Mann. Alter, ich bin auch gerade... Komm mal her, du kleines... Aua! Wie? Oh. Was ist denn da? Okay. Wir können ja so lange... Das hier reparieren. So. Reparatur abgeschlossen. So. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Munition. Jetzt nicht allzu viel, aber... Immerhin mehr. Wir sind jetzt hier rüber. Ich hoffe mal, ne? Ah, lass mich raten. Achso. Sorry, 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 sorry. Ist ja nichts passiert. Du musst auf uns aufpassen. Besser hat diesmal einiges abgekriegt. Hätten sie fast verloren. Ja. Ganz eng. So, du? Wir müssen aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Aber jetzt tut es also doch jetzt. Deutsche auf der Brücke. Zeigen wir es ihnen. Äh, jo. Ich weiß nicht, wohin. Ich repariere euch einfach. Jo. Repariert. So, Kanade. Alarm. Ich weiß nicht, wohin, ey. So. Alles. Easy. Warte auf. Okay. Wir gucken, lass mal hier nochmal rein. Was ist... Nämlich. Ach so. Ich muss in die Bauchlage gehen, um die zu benutzen. Oh ja, klingt aber ordentlich. Aber ich nehm doch eher die denn. Was ist denn machen? Jo. Mach ich. Bevor wir das aber machen... Reparieren. Weißt du auch. Handwerker Edwards ist immer... Ach, du Heilige. Das zieht aber... Lass mich hier alles langdüluschern. Okay. Okay, da hinten muss ich hin. Alles klar. Krieg ich hin? Schaffe ich. Ich meine, schaffen wir. Hä? Oh oh. Alles safe. Hat uns nicht gesehen. Alles gut. So, was haben wir denn hier noch schönes? Dynamit, das ist gut. Noch andere Waffe. Und noch andere Waffe. Ja, hier. Haben wir nicht? Keine Ahnung. Das sind immer gut. Und das sind immer gut. Mann, ey. Ich bin wieder gut im Deutschen. Was ist da schon wieder los bei mir? Okay. Was hat der denn jetzt? Okay, der sieht mich. Das ist der Hardcore. Okay, der sieht mich doch nicht mehr. Mann, du sollst dich direkt dich hinlegen. Ei! Ja. Ja. Nimm mich doch. Ja. Zweibein aufstellen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Wenn du es nur zwei Beine haben, um die Zielgenauigkeit zu erinnern. Ja, okay. Bauchlage oder Vorsprung. Das müsste ja auch für Vorsprung sein, ne? Oder? Ne? Keine Ahnung. Gut. Kriegen wir hin? Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir müssen uns nur gut anschleichen. Aber das ist ja... Meine Füße bringen mich um. Mann, ey, das ist Kriech, Junge. Trinkt der erstmal. Ich weiß ja nicht. So. Links von uns waren auch Schritte. Okay, hier ist anscheinend nochmal ein ordentliches Lager. Ich frage mich ja, ob man hier Dynamit reinpacken kann und das Ding hier einstürzt. Lazarett. Wollen wir es mal ausprobieren? Wir probieren es mal aus. Ups. Das müsste reichen, oder? Müsste reichen. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hä? Sehe ich aus, als würde mich das interessieren? Mann! Verdammter Hauptmann. Es gibt immer mir die Scheißarbeit. Schnauze halten. Was? Dann weiß ich ja nicht, wo ich bin. Okay. Krieg ich da nicht hin? Krieg ich nicht hin? Krieg ich nicht hin? Wo ist denn das Ding? Wo ist denn der Panzer? Der war doch gerade hier. Ach du Scheiße. Jo, alles klar. Doch nicht gleich direkt auf mich. Muss ja auch nicht sein. Oh, das ist schön. Krieg ich hin? So. Jetzt drehen wir das Ding. Und jetzt drehen wir mal den Spieß um. Warte mal, was? Ach, da ist das Ding. Ja, lad mal nach hier. Zack, zack, zack. Verdammt. Schneller. Edwards. Verdammt, ey. Bin ich scheiße, oder bin ich scheiße? Ich bin gerade richtig scheiße, wa? Alles klar. Schuss Nummero vier. Okay. So. Gut. Nummer drei. Wir dürfen die da nochmal rein. Weil es so schön war. Und jetzt, jetzt darf man geschlechter werden. Oh. Okay. Wir brauchen doch nochmal ein paar Granaten. Ne. Dynamit ist auch nicht schlecht. Aber das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Dynamit habe ich genug. Das ist gut. So geht das. Und nicht anders. Wir schießen jetzt wo wieder hin? Drei. 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 Verdammt. Ich muss reparieren. Ich weiß nur nicht wo. Ah, doch. Da hinten war, glaube ich, noch so ein Zahnrad, ne? Heiß aus. War noch Zahnrad. Ist das jetzt Zahnrad? Ja. Hieß. Das hieß so. Ich rette euch. Heiß. 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 Yo. Guck mal. Hier. Wie neu. Los geht's. Haben wir hier schon drin? Dynamit. Dynamit ist immer gut. So. Die Musik kann jetzt wieder ruhiger werden. Wir haben es geschafft. So. Weil es so schön war. Verwurf. Haben wir denn hier noch Gegner oder warum ist die Musik hier noch so ewig laut? Kann ich da nicht rein theoretisch jetzt einsteigen? Hallo? Zünkel? Oh, guck mal. Was ich hier gefunden habe. Hallöchen. Feld an Bücher. Hey, was ist denn jetzt hier? Als ob hier noch irgendwas wäre. Ist hier denn noch irgendwas? Denke ich doch nicht, oder? Hallo? Hallo? Hä? Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Kann man vielleicht diese Tür da ausspringen? Und hier habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier nicht so ganz richtig was falsch gemacht habe. Naja. Okay. Alles gut. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier muss es ja irgendwo weitergehen. Oder nicht? Okay. Ah, okay. Fehler gefunden. Ach du Scheiße. Na komm. Na komm. So. Schockwelle. Mein Freund. Noch wer? Hä? Ist hier immer noch irgendwo was? Hallo? Oh. Wo ist er hier? Hi. Na? Hi, na? Boom. Geschafft. Ähm. Oh. Ähm. Okay. Muss ich. Wo bist du? Die fahren sich irgendwie fest, wa? Komm. Hier, ich will lieber jemand mit Dynamit haben. Warte mal, ist der immer noch nicht tot? Alter. Freck. So. Ich komm ja schon. Jetzt ganz spektakulär. Ich gehöre zu Black Bess zurück. Dü-dü-dü-dü-dü. Oh, cool wie das aussieht, wenn ich den da runter springe. Okay. Leicht verpackt, aber alles gut. Einsteigen, Edward. Du fährst. Nichts wie weg hier. Alles klar. Wir dürfen den Panzer wieder fahren. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt Pritch und Finchie stolz gemacht. Und jetzt lasst uns Bess von hier wegbringen. Das klingt doch mal nach einem guten Stündchen. Und nach einem guten Folgenende. Hey, schau mal, wie weit jetzt ist es doch weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich seh's. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edward? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer, wer es braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na, schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Komm hier rüber. Der Panzer fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie? Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Dann greifst du es nicht. Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen, als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja. So viel zu, wir sitzen alle in einem Boot. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Genau so schaut es aus. Aber, das machen wir alles in der nächsten Folge bei Battlefield 1. Battlefield 1, das klingt auch mega geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren auch nicht vergessen und auch das nächste Mal dabei sein, hier bei der Kampagne von Battlefield 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Haut rein.